In Sendenhorst war am vergangenen Samstag ein großer Tag für den Sport. Mit der neuen Feka-Arena wurde ein neuer Kunstrasenplatz offiziell eingeweiht. Bürgermeister Berthold Streffing eröffnete den neuen 7200 Quadratmeter großen Fußballplatz. Die Umbauzeit dauerte ein halbes Jahr, die Kosten belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Auch beim Jubiläum war der Bürgermeister dabei. Die Tennisabteilung des SG Sendenhorst feierte am Samstag ihr 50-jähriges Bestehen. Auf der Anlage hinter der neuen Westtorhalle wurden neben zahlreichen Vereinsmitgliedern und Freunden auch die Tennisdamen des TC Union begrüßt. Die amtierenden Westfalenmeister präsentierten sich ab 12 Uhr den Zuschauern.